Ich bin Werner Waas vom ITZ Berlin, ich sitze in Berlin-Neukölln. Ich bin Regisseur und Schauspieler. Der Verein ITZ ist ein Kürzel von interkulturellem Theaterzentrum. Interkulturelles Theaterzentrum heißt, dass wir uns mit verschiedenen Kulturen ausnahmesetzen und die zusammenführen und irgendwie das Theater als ein Instrument dafür nutzen, um daran ins Gespräch zu kommen. Der Verein hat eben diesen Sitz in Nordköln. Es ist ein relativ schwieriges Stadtviertel, in dem wir uns dort befinden, mit hohem Kriminalitätsrat und Migrantenanteil. Er existiert seit drei Jahren dort vor Ort. Wir haben einen kleinen Raum, außen und innen, die verschiedene Kurse, die angeboten werden, und sich mehr oder weniger ums Theater drehen. Seit diesem Jahr sind wir begleitet auch dem Fabula Mundi-Netzwerk, weil unser Ziel im Grunde ist, dass auch über gute Texte oder über Zirkulation von Texten und die Suche nach Neupublikum, nach einer Mischung, vor allem aus verschiedenen Bevölkerungsgruppen, sowohl Alt- und EU- als auch einheimische wie Ausländer, ein neues und frischeres, und wir denken, dass der da eben zustande kommt. Unser Präsident ist selbst aufervertretend als Autor in diesem ganzen Netzwerk. Und das ist über meine Hoffnung jetzt, was jetzt Berlin und Fabula Mundi getreift.